Guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zur 20. Folge und damit auch einer weiteren Special-Folge von Serge. Diese Special-Folge wird in zwei Parts aufgeteilt und ihr hört schon, hey, wo ist ein Jakob? Wo ist ein Jakob? Ihr wollt ein Jakob wieder? Ja, der ist im zweiten Part dabei. Im ersten Part konnte er leider nicht dabei sein, aus technischen Gründen. Aber ich glaube, hier ist irgendjemand anderes. Ich habe vorhin irgendwie eine Stimme gehört. Wer bist du denn? Hallo? Wer sind sie? Wer sind sie? Sagen sie ein Wort! Er ist anscheinend aggressiv. Halt! Der Max. Oh, war ein bisschen schlagend. So, gut. Er scheint aggressiv und der wird jetzt ab heute wieder, äh, ab heute besser was schon mitmachen. Haha, du kommst hier nicht raus! Haha! Okay, das war nur ein Scherz. Dann lass es doch mal! Ich habe aber nicht unendlich mit der Hand gehauen. Ja, ich habe aber auch nicht unendlich zu... Okay, jetzt wieder auf. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, dass dieses Haus ein bisschen schäbig aussieht. Ja, ich weiß. Wir haben das auch... Das ist auch nur unser Anfangsort. Ich habe vorhin gesehen, wo du das gebaut hast. Weißt du, was ich alles noch machen will? Ich will noch echt viel machen. Ich habe noch vor, eine Schießbude zu machen. Mann, das ist so unfair. Mann, lass es doch immer mal aufwählen! Mann! Mann! Ja gut, ist ja gut. Das machen wir. Das ist doof! Kommt mal nicht weiter! Okay. Ich habe ein bisschen den Server geblüht. Ich sollte ein bisschen... Äh, hier, warte, wo habe ich... Hier ist meine Effizienz 1 Schaufel. Die sollte ich mal benutzen, um ein bisschen Sand zu fahren, weil ich brauche wieder Glas. Und ich habe übrigens den Turm da auf dem Baumhaus nicht weggeronnen, weil ich keinen Bock hatte. Vielleicht in der zweiten Part. Ich habe den grandiosesten Pin von 766 ms. Ja, und wir haben die beste, die grandioseste Flagge von Russland. Guck, in unserem schönen Haus zu stehen. Was hat dich denn dazu überzeugt, bei Server schon mitzumachen? Hattest du Spaß zuzusehen? Hast du Spaß gehabt, hier zu fahren? Wolltest du mal mit Freunden auf dem Server spielen? Warum bist du dir eher gekommen? Ich habe den Max, wieso ich das dann bekomme. Ja. Trotzdem hat es immer. Also, er, der Maxe, er hat mich in den Kommentaren angeschrieben und meinte, yo, ich bin voll der große Fan von Server-Show, konnt ihr mich nicht mal ins Projekt beziehen? Mit einbeziehen. Und wir dann so, ja, wahrscheinlich. Und er dann so, was, wahrscheinlich nur? Und wir dann so, ja, wahrscheinlich. Und dann so, kommt schon, bitte, nehmt nicht ins Projekt an. Und wir dann so, okay. Haben mich dann kurzerhand ins Projekt eingenommen, ab dieser Folge. Und, ja, es war auch nicht gerade so schlimm, ihn dann mit einzeln zu ziehen. Hier steht auf jeden Fall ein Wolf. Ich habe 23 Knochen und deswegen werde ich ihn jetzt heben. Komm, Wolfi. Oh! Komm hier mit! Komm! Jetzt komm, weg, du! Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Komm mit! Kommst du mit? Mach mir schnell ein paar Stunden. Alter! Komm mit! Ja, so, das haben wir. Komm mit! Dann tun wir das hier wieder rein. Ich wollte ein bisschen in den Neta gehen, also... Ach so, ja. Ein bisschen Koppisdorfen und so. Okay, tschüss! Ab in den Neta, wie gesagt. Ja, er geht nicht. Und ein bisschen Fleisch, vielleicht. Ich hoffe, das ist auch noch da. Okay, der Hund ist creepy. Ach, hier ist einfach ein fein in den Neta. Ich war auch ein bisschen... Oben sitzt er auch noch an Jakobs. Ich war auch ein bisschen Trankbrauen. Ja, gut. Weil sie noch keine Neta-Warten haben, dann mach... Wir haben keine Neta-Warten. Und ich komme nicht in den Neta-Warten, also überhaupt nicht schlecht. Ich hab ja auch kein bisschen Film rein. Okay, hier, in dem Hunderaum, wo ist Freddy? Ich steck im Obsidian. Also, falls ihr mehr Folgen mit Maxi oder Maxe oder wie auch immer, wie ihr ihn denn haben wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich geh jetzt ein bisschen essen fahren, weil ich keinen Bock hab. Okay, da hast du auf jeden Fall schnell ein paar Erfolge schon abgestrichen. Hier schon mal ein bisschen... Ich hab eben meinen Max verstanden, David. Nice. So, wir haben das auf jeden Fall schon abgestrichen. Oh, ich hab kein Essen mitgenommen, ich durfte auch. In den Dürfen sind Essen. Ja. Okay, ich hab zumindest ein bisschen Essen gefarbt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich sollte ein bisschen Sand schon mal brutzeln lassen. Und weiter Sand farben. Wir haben eine Enderperle. Aber wir wollen auf jeden Fall am Ende des Projekts irgendwann zum... Super. Ich bring mal 24 Meter Gards mit. Danke. ...zurückkommen. Aber das heißt auch, wenn ich will zurückkommen. Also, ich hoffe, man hört ihn. Also, nee, dass ich zurückkomme. Ähm, ich hab schon mal ne Folge irgendwas mit ihm aufgenommen. Ich bin mir nicht sicher, was, aber wir haben mal irgendwann aufgenommen. MD-Gon. Da war er schlecht zu hören. Aber ich hoffe, man hört ihn jetzt besser. Ich hab auf jeden Fall die Quali ein bisschen runtergeschraubt, damit man ihn besser hört. Nein, Spaß hab ich natürlich nicht. Gut. Gut. Wo haben wir denn hier schöne Sandhügel, die aufgehauen werden müssen? Ach, hier. Schöne Düne. Gleich ist hier nur noch nichts mehr. Ich weiß, damit sieht das dann wieder richtig scheiße aus. Aber okay. Ist doch völlig egal. Also, wir haben dann den Sand, den ich jetzt mit der Hand abbauen muss. Nicht dein Ernst. Krass. Das Erste wird das Gedanke, dass ich umbringe und gleich einen Liederschügel. Einen Liederschügel. Wirklich? Ich war's nicht. Ich wollte deine Reaktion darauf sehen. Wirklich? Wir brauchen hier nicht. Schmaß sie weg. Nein, ich hab keinen Liederschügel. Nein, stell dir mal vor. Wirklich? Ach, brauchen wir nicht. Schmaß sie weg. Auf jeden Fall, wir haben hier schöne Kürbisse angepflanzt. Nice. Ich weiß nicht warum, aber Kürbisse sind doch sonst noch selten als Diamanten. Und deswegen haben wir sie angepflanzt. Okay, sind 15 Eisen. Ich glaube, es leckt jetzt nicht, wenn ich einen Schäder reinmache. Ich glaube, es leckt. Ich mache mich jetzt einen Schäder rein. Was? Du machst einen Schäder rein? Ach, ich glaube, es leckt nicht, wenn ich einen Schäder reinmache. What the fuck? Okay, ich muss jetzt mal kurz gegen einen Zombie kämpfen, dass er meinen Helm kaputt macht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Meine Schäder sind, glaube ich, kaputt. Bitte nicht, dass meine Schäder sind nicht. Oh, ich habe noch fünf Glase Minzentar. Entweder ist der Näher wirklich stockduster schwarz und dann meine Schäder, das heißt, im Arsch. Warte kurz, ich gucke kurz, ob der Näher wirklich stockdunkel-schwarz ist. Anscheinend nein. Leute, ich kann mich hier zwischen der Tür stellen und dann mich so umgucken. Wie sieht das in einem Fünf aus? Ich stehe in einer Tür. In einer Tür stehe ich. Super toll, super nice. Ich weiß jetzt nicht mal. Hä, in welche Richtung muss ich gehen? Hier noch? Nee. So, jetzt bin ich da, endlich. Wo muss ich hin? Es ist nichts. Hi, go, go, go. Ja, ich würde dir raten, den Schäder nicht daran zu machen, denn der Schäder verunstattet nur das Bild. Witzig machen sie deswegen den Schäder nicht bei Ihnen zu Hause. Mein Schafer, dann, Ihre Augen könnten womöglich aus Ihrem Kopf reißen. Spaß. Können sie nicht, denn wir sind ja nicht bei Spaßattacke, sondern bei The Real Life. Das ist sowas, wie Spaßattacke ist, deswegen egal. Ich würde den Schäder rausmachen. Vor allen Dingen, mein Ping ist so, mein Ping ist so klein, ich muss einen Schäder reinmachen. Dann wird mein Ping noch kleiner und ich kann viel besser spielen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Alles klar. Ich habe kein Essen mehr. Ich glaube gerade. Warte, warte, ich komme in den Nether. Ich komme in den Nether. Also bitte helfen Sie mir, ich bin hier in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Ich habe keine Ahnung, ich bin in den Nether, aber... Ja. Juhu. Okay. Wurst, bitte los. Was, mein Hund? Mein Hund ist mir in den Nether gefolgt und sitzt hier am Nether-Portal. Jetzt verbrenne ich auch noch. Mein Hund sitzt... Jetzt verbrenne ich auch noch. Warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wo bist du denn? Dann verbrenne ich denn ganzes Eisen in meine Rüstung. Und dann sterbe ich was damit. Zweieinhalb Herzen und zwei Hungerkeulen. Wo bist du? Bitteschön. Jetzt muss ich mich auch noch über den Ab... Nein, ich muss mich auch... Oh, ich sehe dich, ich sehe dich. Hier, 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 hier. Der Nether ist doch voll hell beleuchtet. Was hast du? Komm her, komm her, ich gebe dir was. Yay, dein Schwert sieht angeknapst aus. Dein Schwert ist fast im Arsch. Das dringt die Scheiße auch. Bist ja auch. Prost. Halleluja. Irgendwie kann ich wieder essen. Yum, 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 yum. Ich bin schon halb verhungert. Los jetzt. Äh, wir müssen nach rechts. Ja, ich drücke dich dran. Hier ist auch ein komischer Pfeil im Boden, also... Ja, den haben wir in einer Folge gemacht. Gut, was habe ich denn hier mitgebracht? Hier, ich schenke dir einen Liter Quarz. Nee, ich habe hier meine Diamantenspitzhacke. Du fragst dich sicher, woher haben wir eine Diamantenspitzhacke, wenn wir keine Diamanten gefarmt haben? Wahre Frage. Ich weiß jetzt, warum mein Hund weg war. Der war im Wetter. Komm mit. Bitte, bitte, Hund, komm mit. Ach, jetzt bin ich hier. Okay, wo ist der Hund? Was? Nein, der Hund ist nicht da. Nein! Dein Ernst. Was? Weißt du, wo ich rausgekommen bin? Wo denn? Ah, jetzt komme ich an eine andere Position, dass jetzt kann ich jetzt zum Portal rausgehen. Ein. Nice. Gut. Ähm, hat kein bisschen gelebt. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht. Deine Thronen sind billig und du leckst total, als ob du von der Biene gestochen wurdest. Äh, ich muss jetzt nochmal vom Mittelalter. Hallo, meine lieben Freunde. Heute fangen wir wieder vom Mittelalter an, mit einem Holzschwert zu kämpfen. Pussel, hör auf mich zu töten. Hör auf mich zu töten oder willst du sterben? Willst du sterben? Ha, ha, ha. Zack, 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 zack. Du weißt schon, dass ich die ganze Zeit da durch Level bekomme, also... Ja. Überleg dir gut, ob du mich schlägst. Nein, überleg dir gut. Oh, ich habe mir Corpistone rausgeschmissen. Gib mir meinen Corpistone. Danke. Danke, danke. Den baue ich immer mal. Corpistone ist das, was man immer braucht. Gut. Äh, aber die Irr, die ich hier rausgeschmissen habe, zue ich einfach mal eine Tour. Ja. Da rein, Corpistone, danke. Corpistone, 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 Corpistone. Ich habe mich nur mit dem Corpistone gehauen. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal. Noch eine Tür zu. Noch die Lauf. Weißt du, was das für eine billige Konstruktion ist? Ja, und? Dass du die eigentlich ganz leicht verstecken kannst. Ich brauche die nicht zu verstecken, ich will die nicht mal verstecken. Außerdem hat es echt lange gedauert, überhaupt Rats in da anzukommen. Nicht. Mö. Sie funktioniert nicht mehr. Danke. Dass du unser Leben so verschwerst. Du kannst alles machen, außer dem Willen. Weiter an dem Rand. Und du hast sogar einen Redstone gespart. Und ich kann es noch einen zweiten. Du kannst einen Redstone sparen. Und ich habe jetzt einen Redstone für dich. Hier. Jetzt sieht das doch alles schon ein bisschen schnieger aus. Ja. Du hast sogar einen Redstone gespart. Und ich habe sogar Glas geformt. Hier ist übrigens, hier sind übrigens, hier ist übrigens ein Braustand voll mit Wasserflaschen. Und wann machen wir das bitte? Mit der Überraschung meines natürlich. Ach du, übrigens, ich brauche nicht mal alle... Meinst du mit dem Special? Meinst du den zweiten Part des Specials? Verhastet wir noch nicht. Verhastet nicht. Ich sag's dir, wann wir den machen. Ich kann mir das auch mal ausbessern. Den zweiten Part des Specials machen wir übernächste Woche. Dann bin der erste Part. Nein. Nee. Übernächste Woche kommt ja schon... Nee. Dann kommt der... Dann kommt der zweite. Genau. Aua. Kommt der der erste? Ich bin gar von deinem Haus runtergesprungen. Von ganz oben. Ach nee. Übernächste Woche kommt der der erste Part. Und übernächste Woche kommt der erste Part und darauf dann... Und übernächste Woche machen wir dann auch gleichzeitig den zweiten Part. So ein Special. Also drehen wir jetzt das zweite Part aus. Weil mir freundlich das. Und ich mit meinem Freund abgemacht habe. Mit einem Jakob haben wir abgemacht, dass wir den zusammendrehen. Wenn ich zehn Herzen hab, bringe ich nochmal von deinem Haus runter. Guck mal, ich mach jetzt MLG. Wo bist du? Ich wollte eigentlich ins Wasser... Guck mal hier. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich mach jetzt MLG. Ich bin ein Halben jetzt überlebt. Und? Und? Du hast es geschafft. Alter, ich drück so die ganze Zeit Wasserbucket und kurz vorm Ende drück ich einfach nicht mehr. Ich darf nur nicht springen. Ich bin noch nicht voll rein. Ach, das ist eine Holzstange, die da hochging. Auf den Baum. Da bin ich vorhin mit MLG runtergesprungen. Oh, ich bin hier bei dir runtergefallen, bevor du runtergesprungen bist, weil du mit MLG machen wolltest. Warte kurz. Da bin ich bei dir runtergefallen. Ich mach dir hier ein Wasserbecken. Ich springe mich jetzt, dann werde ich sterben. Achtung, Alexander, komm mal, komm mal, komm mal. Warte, 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 warte. Komm mal, ich kann an die andere Seite. Komm schon. Ich mach dir hier ein schönes Wasserbecken. Bitte. So, Alexander. Komm mal runter. Komm mal, komm mal her. Jetzt kannst du hier runterspringen. Komm mal auf die andere Seite des Hauses. Du kannst jetzt hier runterspringen. Komm, spring mal runter. Nein, ich springe auf den Boden. Nein, hier ist Wasser. Komm her, komm her, komm her. Ich springe hier hinten hin. Irgendwo. Hier springe ich, genau. Da springe ich hin. Du kannst auch darüber auf... Au, halbes Herz. Ah, Creeper. Weg, 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 weg. Ich bin jetzt... Ich hab... Ich hab... Bitte, bauen Sie durch, bitte. Bitte nicht beschlagen, dann bin ich tot. Wer wehrs? Es ist so viel. Es sind viel geraubt. Kann ich mal einen Butterbucket... Eine Waterbudgette haben? Warte, warte, warte... Komm mit. Komm mit. Ich hab das verlangen nach einem MLG. Achso, willst du vielleicht einen Waterbucket... Water... Ähm, MLG Glide... Ja? Ja? Da musst du da oben auf die... Da muss... Aber jetzt noch ein Bootgleiter mitgehen. Ja, mein ich ja. Da musst du da oben auf diesen Turm gehen. Da habe ich einen vorbereitet. Einen kleinen und dummen. Den ich nicht richtig gemacht habe. Wollen wir das noch runterführen? Was? Achso, auf den Turm. Ja, aber da ist... Aber bis ich nach unten komme. Da sind... Wie macht man doch mal Druckplatten? Kannst du mir mal sagen? Redstone? Äh, zwei Holz nebeneinander. Okay, danke. Weil ich habe da oben nämlich Slabs platziert. Ich finde, Bootgleiter von deiner Flagge darunter ist nicht so das Beste, was es gibt. Deswegen musst du das wagen. Ich bin ja auch nicht. Okay, warte. Ich gebe dir jetzt... Vor allen Dingen, ich gebe dir einfach den Wasserbuck. Ich gebe dir einfach... Ich schmeiße einfach ein Wasserbucket dahin und es passiert nichts. Weißt du, ich fliege jetzt. Weißt du, wo ich... Ich spring jetzt von deinem Haus, oder ja? Per MLG. Okay. Mal gucken, ob ich es schaffe mit den Legs. Okay. Man, das Legs... Nice. Und es hat total gelangt. Erstmal hast du die Packe weggesessen. Ich hoffe, du kannst es damit nehmen, dass ich deine Packe zwar weggemacht habe. Was machst du da? Erst die Floodplatten setzen, dann das Wasser. Ja, ich hatte das Wasser aber davor schon gesetzt. Damals, als ich das vorbereitet habe. Damals, als ich das vorbereitet habe. Wusstest du etwa noch nie, wie man dein Bootbleib macht? Dann mach erst das Wasser weg und dann. Ja, wie denn? Ich habe jetzt Redstone gesetzt. Das Wasser wegmachen? Ich komm jetzt mit meinem Wasserein und dann machen wir das Wasser weg. Komisch, aber es geht. Mach dir schnell das Wasser weg. Nein, nein, nein. Ich hab den einfachen Eimer entleert. Jetzt mach hier. Hier rein. Los. Achso, ich habe kein Boot. Also, gib mir ein Boot. Warte, warte. Hier haben wir eine Werkbank. Gib mir ein Boot. Jetzt gib mir so ein Boot. Scheiße. Wenn du mir das gut gegeben hast, dann bin ich glücklich. Gib mir das Boot. Dankeschön. Jetzt verlass mir bitte die Insel. Ich hab den Helden kaputt gemacht! Ja. Ja. Los, komm, mach. Was war das? Ich kam überhaupt nicht runter. Ich weiß, du bist da so drei Minuten erstmal rübergegleitet. Und nach drei Minuten kommst du dann an. Was ist denn da? Nach drei Minuten bist du angekommen. Ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal diesen Turm da oben ab. Und ja. Ja. Da hab ich mich auch schon... Ach was das ist. Ja. Leider ein überdimensionaler... Antennenturm. Du hast das Richtige herausgefunden. Eine überdimensionale... Antennenturm. Ja, das ist die perfekte Antenne. Genauso eine wie bei Linken steht. In Berlin. Der Fernsehturm. Genau. Das ist der Fernsehturm Nachbau 113. Super Qualität. Von oben sieht da... An einer Stelle sieht so aus... Unsere Insel sieht eigentlich richtig cool aus von oben, finde ich. Die Details sind unglaublich. Unverwechselbare Details. Sie sehen sich einfach zu ähnlich, um sie zu verwechseln. Diese Details war wechselbar. Die sind so gut. Richtig. Das sieht aus, dass es einfach nur irgendjemand eine Stange gibt. Aber nein. Das ist leer. Das ist wie Hammelfleisch. Das schmeckt anders, wenn man es kocht. Und fliegende Schafe schmecken nicht. Also essen sie auch... Unten kommen ein paar Holzbrettchen an. Jetzt guck ich mal, ob meine Shader wirklich kaputt sind. Nein. Sind sie nicht, aber... Oh mein Gott. Ich habe... Unglaubliche... Es gibt noch mal noch... Creeper! 13 FPS. I don't know why. Doch. Ich habe ein zu auflösendes Deckamt hier drin. 512, also 512. Deswegen doch auch mein Kopf mit deinem Knie. Was ist hier los? Ich habe mit Standard-Tech-Effekt und Shader nur 19 FPS. Hast du irgendwas kaputt gemacht? Nö. Ich habe nämlich 120 FPS. 26 FPS. Ich mache jetzt den Shader wieder aus. Ne? Dann habe ich wieder meine schöne 500 FPS. Ich weiß nicht wieso, aber... Vielleicht liegt es an dem Pin von 384, aber... Vielleicht auch nicht. Vielleicht liegt es einfach an dir. Ich weiß wirklich, was du bist... Hater und... Hater ist back! Wuuu! Größter Fan entwickelt sich zu einem Hater. Er wird sofort aus dem Projekt gebannt. Boah. Scheiße. Jetzt muss ich runter gucken, während ich... Wer wird das... Huh? Was? Scheiße, ich... Mann! I'm sorry! But you don't have permission to perform this command. Please protect my server administrator if you believe this is an error. Ja, das ist auch ein Error. Oh! Ich muss wirklich... Du hast keine Server Permissions, das weißt du auch schon, oder? Ich muss wirklich sagen, das ist auch ein Error. Deswegen schreibe ich jetzt irgendwelche Symbole in den Chat. Ich schreibe mal ein paar farbige Zahlen. Ich würde mal sagen, wir lassen das mal jetzt so stehen. Und sehen uns im zweiten Part des großen 20 Folgen Specials wieder. Und mein Zimmer ist einfach so, als würde es total abkacken, weil es so richtig schwarz ist. So, dann sieht man es schon mal ein bisschen besser. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann in der nächsten Folge des 20... 20... 20... 20... Folgen Specials wieder. Dann würde ich sagen... Macht's gut, Leute! Ciao! Was... was möchtest du noch sagen? Tschüss! Und denkt immer daran! Umgedrehte Fragezeichen in Minecraft sind real! Dum dum dum!